Moin, willkommen in Hamburg-Tonndorf. Tonndorf ist ein Haltepunkt im Osten Hamburgs an der Bahnstrecke Hamburg-Lübeck. Die Regionalexpresszüge der Linien RE8 und RE80 fahren hier ohne Halt am Bahnsteig durch. Ein Anblick, den es so bald nicht mehr geben wird. Wenn die Strecke in ein paar Jahren viergleisig ausgebaut sein wird, werden die S-Bahnen der Linie S4 in Tonndorf halten und die REs auf den getrennten Fernbahngleisen durchfahren. Wir sehen hier in Richtung Hamburg Hauptbahnhof. Im Hintergrund, hinter dem Zug, hat sich bereits wieder der Bahnübergang an der Jenfelder Straße geöffnet. Außer den REs fahren hier auch die Regionalbahnen der Linie RB81 in Richtung Ahrensburg, Bargterheide und Bad Oldesloh. Sie halten in Tonndorf. Auch hier werden inzwischen schon einzelne Züge von Lokomotiven der Baureihe 146 befördert. Die Regionalexpresszüge von Lokomotiven Die Regionalexpresszüge von Lokomotiven Ausfahrt einer RB81 nach Hamburg. Der Intercity nach Lübeck war an diesem Tag mit einer blauen 218 der Press unterwegs. Jetzt blicken wir in Richtung Lübeck. Ein Regionalexpress fährt in Richtung Hamburg. Auch hier queren schon wieder Autos hinter dem Zug die Strecke. Dort liegt der Bahnübergang am Pulverhof. Auf der Südseite liegen das Einkaufszentrum Tondo und das Firmengelände von Studio Hamburg mit vielen Arbeitsplätzen. Dazu kommen Wohngebiete auf beiden Seiten der Bahnstrecke. In Richtung Lübeck führt die Strecke über den Sonnenweg hinweg, eine vierspurige Straße. Die meisten Regionalbahnen haben zurzeit noch eine Lok der Baureihe 112 am Zug. Der Zugang von der Turndorfer Hauptstraße aus verläuft ganz unauffällig zwischen zwei Häusern hindurch. Das Schild zu den Zügen ist berechtigt. Wegen der hohen Lärmschutzwände ist nur wenig von der Bahn zu sehen. Hier gibt es Fahrradständer, allerdings weniger als beim Zugang auf der anderen Seite der Bahn. Und es gibt sogar eine Luftpumpe. Nun sehen wir von der Seite des Einkaufszentrums Tondo aus, über den Sonnenweg hinweg zur Bahn. Eine Regionalbahn fährt ab in Richtung Ahrensburg. Statt der zwei Gleise werden hier in einigen Jahren vier Gleise liegen. Es müssen dann auch entsprechend zusätzliche Brücken gebaut werden. Gleich neben den Gleisen steht die evangelische Kirche Tonndorf. Ein Blick von unten auf die Brücken über den Sonnenweg. Hier sind wir jetzt bei den Brücken über die Tonndorfer Hauptstraße, am südlichen Ende des Haltepunkts, dort wo die Strecke nach Hamburg führt. Strecke nach Hamburg Strecke nach Hamburg Strecke nach Hamburg Ein kleiner Graffiti-Schneemann. Auf beiden Seiten des Haltepunkts führt die Strecke lange gerade aus. So kann man auch hier in Richtung Lübeck noch lange den Zügen hinterher sehen. Strecke nach Hamburg Untertitelung des ZDF, 2020 Im Frühjahr 2021 haben mehrere Regionalbahnzüge je einen Wagen aus NRW als Verstärkung. Unmittelbar hinter der Regionalbahn kam der Intercity aus Lübeck zurück. Er musste anscheinend sogar kurz vor Tonndorf halten und die 218 beschleunigt nun wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mit diesen Aufnahmen von der 112 und von einem Güterzug sag ich Tschüß und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.